Ich bin jetzt fast 55 Jahre alt und viele meiner Fans sind so um die 25. Also können Sie keine persönlichen Erinnerungen haben an das Amerika vor Ihrer Geburt, bevor zum Beispiel Ronald Reagan Präsident war? Bevor Reagan Präsident war, habe ich nur in New York, mitten in New York, Obdachlose gesehen. Und die Leute liefen teilnahmslos um sie herum. Das hat mich schockiert. Aber schon nach einem Jahr von Reagans Präsidentschaft sah man das auch in San Francisco, Los Angeles und Portland und selbst in meiner Heimatstadt Boulder, Colorado. Es gab immer mehr Obdachlose. Und nach ein paar Pressekampagnen wurden wir von Kindheit an dahingehend belehrt, dass das annehmbar ist, dass das okay ist. Nein, das ist nicht okay. Nein, das ist nicht okay.